und herzlich willkommen zu einer ganz neuen folge minecraft mit unseren das vierte let's play der daniel dann haben wir einen special guest mit dabei der ab und zu mal auftaucht und mal wieder weg ist und dann wieder auftaucht das ist unser phoenix dachow der christian wir begrüßen dich moin moin guten doch ja und natürlich ich victim of games der honey ist auch wieder mit an bord und ja wir wollen craften bauen einfach nur irgendwelchen dünn schönes mal schauen was eben halt so passiert ja genau ja ich war dabei eigentlich hier oben mein meine farm weiter auszubauen mein typ hat schon wieder hunger ich habe ja aber erst mal brote doch gemacht gehabt und brote müsstest theoretisch weiß noch ein bisschen was haben oder okay ich du erst mal noch das hier weitermachen ich brauche das sammeln ja ab oder er hat okay das macht schon mal sehr heiß aus ofen er hätte müssen er okay ja hier drin kommt unsere backstube nennt und und im Halt durch immer noch Bruchstil noch Kiste wo man dann die Brote ein klatschen ja das wird ein gut so ok Omos ist noch schnell Klick 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 das man hier ausleuchten ist schon wieder ein Kübel um die Ecke kommt ja immer schön die Türen zu machen hast ein Schild dabei? ja gerade eben gemacht das ist ja echt gute Funktion ok also dann werden wir hier drüben die Kiste hinbauen und auf der anderen Seite kommt dann ein Ofen und eine Werkbank noch hin und dann haben wir oben erstmal die Inneneinrichtung so gut wie eigentlich fertig weil es ist ja immer noch ein ganz kleines Häuslein ok dann brauchen wir jetzt noch was haben wir gesagt ein Öfen ein Ölchen einen Ofen haben wir und dann bauen wir noch gleichzeitig fehlt ja Schwerkraft zum Opfer sag mal ey das ist doch für dich ein totales Suicide Spiel oder? du bringst dich doch nur um das sind der Suicide Squad was hab ich denn jetzt gemacht? was hab ich denn in den Ofen auch im Ring gebaut? oh nein echt blöde muss mal sein nee 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 was war das? was war was? ne Hexe ich drehe durch pfff weg wie ist sie weg? hör mal raus mach es aber mal haaah 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 so ok komisiert ich drehe durch wo müssen wir noch ein Tor dran bauen geh weg Gott nein ok dahinten ist der Wasserfall das bleibt so au au sie hat mich erwischt da unten läuft die Spinne die wird gerade die verfolgt gerade der Daniel und da drüben ist Action volle Bude Panik ja ich seh schon Panik höh äh ich lauf direkt auf die Spinne zu geh weg ich bin so tot ich bin so tot wo bist du? komm hier hoch jetzt boah da drückt nur los verdammt ich hab kein kein Bett noch nicht gehabt und so dann TP dich zu mir die Schafe ist ja halt außen ok ok wenn es das jetzt mal egal dann werden wir das trotzdem jetzt was hab ich jetzt mal das würd ich schon gar nicht machen oh man was wollte ich denn jetzt sollte ich auch was noch machen ach ich bin schon wieder total torschen finde ich ja ähm ich stehe unten auch noch ein kleines Heißel hin wo ich doch mach mal mach mal Daniel, hatten wir noch was in der Höhle gehabt Besonders unten drin Die bei uns ist Daniel Hallo Ja Na, schön, du bist doch da Ja Hatten wir hier unten Ne, ich glaube da war nixen, ey, wir können ja mal runter schauen Ok, weil ich möchte dann hier unten noch ein Häuschen bauen und wenn da echt nichts mehr ist dann Machen wir die dicht Machen wir die dicht Ich brauche jetzt ein neues Schild, du meinst, das ist kaputt gegangen? Oh Gott Ja, wir hatten ausgeleuchtet gehabt, ok Alle sind wachhunde Da schwimmt eine Hexe in unserer kleinen Farm Die spinnt wohl, die soll ich da oben raus machen, die Eule Ja Ist denn der Christian auch nicht da? Der ist so schlimm Ja, der muss jetzt grad mal sein, zurück sammeln Ok, hier ist grad nichts weiter, sehe ich hier oben Dann gehen wir mal den Weg da unten lang Na So was von gar nicht klar Rechts hier, ne Dann gehen wir den Weg da rüber und da hin, ok Ne, also hier sieht jetzt nicht demnach aus, dass hier übelst Zeug wäre oder Also normalerweise könnte man sie schließen Ach, dicht Oder wir nehmen sie halt normal als, ähm Ressourcenabbau für Stein und so, wenn wir was brauchen Ja gut, aber da kannst du ja dann einen Keller bauen oder sowas Oder eine kleine Steinwiener Ja, und ok Ja, ne Das verbinde ich mit dem Haus Genau Was meinst? Ja, wenn ich da oben das Haus dann hinbaue Genau Ist das mit dir nicht in Ordnung? Na komm mal hoch in die Sonne Brenn du Dreck Du brauchst grad nicht ins Wasser zu springen Schuss auf ab du Hoden Mit Zähnen Oh Ne Ok, dann machen wir jetzt mal ganz einfach hier, weil wir auch schon mal das Wasser zu Weil das Ein bisschen auf den Zünder Verbreitern Nicht zu sehr, sonst haben wir hier keinen Platz Da würde ich eigentlich am liebsten eine Brücke noch drüber ziehen Brücke eigentlich Ja doch, das machen wir so Das ist eine gute Idee Ähm Da brauche ich ein bisschen Erde Wollen wir mal Erde hier? Wollen wir mal Erde hier? Wollen wir frei? Oh komm Fahre ich mir jetzt nicht Bist du auch was machst du so schönes? Du baust dein Haus, oder? Ja Wollen wir erstmal so ein kleines Hütchen und versuche irgendeine erneuerbare Futtergrille Okay, passt Okay, passt Das ist nämlich mal ein geilen Eingang Dann kommt hier keiner rein und raus Da oben Da baue ich dann noch einen Weg runter Okay Ähm Da könnte ich eigentlich mal ganz schnell zu dir rüber gespastert kommen Zum Daniel und bau da gleich in der Hütte Was? Was? Das ist doch so geil wie das funktioniert Das ist doch echt geil Das ist doch echt geil Du hast echt noch nichts zu tun Doch, Minecraft Doch, Minecraft Aua, Skelett, Skelett, Skelett Dummes Skelett Okay Die Frage ist jetzt Reicht das von der Höhe aus? Ähm 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 M Aber M Daniel, du bist in deinem Haus oben gerade, ja? Hast du ein Boot bei dir? Aber M nein Okay Boot ist aber da drüben Bei der anderen Mine Ja Hast du deine? Ähm Okay Dann machen wir es jetzt ganz einfach Ei Das wollte ich doch auch nicht Ich höre hier irgendwo Viecher Da müsste genau unter mir noch was sein Und wir mal holz, 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 holz Schöne Brücke machst du da? Ja, ne, ich hab gedacht das so Weg rüber weißt du Hä Hä, das ist Kohle Unter uns am Wasserfall ist Kohle Das ist aber nicht noch Das hast du auch schon gewusst Hm, ne, 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 ne Okay Juhu 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 Kirsten Kunstgruppen und von oben diese zu diesem alles die Besondes und so gerade auf dem Zünder um und das zu alles gut bei euch mehr ist so plötzlich verstummt ich bin gerade einfach noch ein bisschen zu gekloppt was zu machen in das wir nicht alle alle bist du da? ey ey wie braucht man nochmal einen Sound? rechts und links jeweils zwei bretter und dann dazwischen zwei stickies gucki bull aber kann man ja mal irgendwie im Baumlager hier so erstellen ein Baumlager oh Baumlager okay und da setzen wir jetzt noch das wird davon hin das wird davon hin wieviel haben wir? 40 ok so dann nehmen wir es so langsam hier alles ein bisschen Gestalt an wieder sehr schön ich sehe zwar hier unten nichts aber erstmal egal muss ich auch mal hier ein paar Fackeln setzen hui oder die Fackel ist jetzt wohl hier ne ich setz nochmal hier drüben hin hu hu wir fahren boot ja das ist auch echt langsam belassen ey ich haut da heute nen kleinen Bomben rein mal rein gerade die alles aus hier so hüh huu 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 uuu schlimm schlimm hm, das können wir so machen, auf heulich sind die nicht alle ein bisschen blut da äh äh ich habe mich schon gewollt, was fliegt denn hier schon wieder vor zwei runter vor ein Eier, bewirft er mich schon mit Eiern, sag mal, jetzt geht es wohl los hier kleine Schlacht hier you are so beautiful das Ei oder was? to me ne ich bin hier, können hier klettern, aber mal naja, ich drückle die späten Holzblock kaputt vergesst noch hier ein Schwärz zu machen hm 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 brauchst du eins oder? ne, ich kann es schon machen, aber ich bin, weil ich hab's irgendwie klar wo du skippen ich bin weg ja vorsicht, du warst beschossen ich hab gesehen ich hab's nicht mehr woher woher du kommst rein in das Haus verpisst dich bitte dich selber Jetzt ist die Frage, mache ich das hier auch noch weg? Ey, es tummeln sich da zwei Skelette Ja, ich mache das weg Ey, die lieben dich eben halt Du musst viel offener werden mit dir Lass dich doch mal gehen Ich bin eh gleich wieder tot, ich habe bloß noch zwei Herzen Hier sieht es aus, lauter Pfeile Meine Güte Oh, Essen, ich habe Hunger Ich habe dezenten Nahrungsmangel Okay, was ist das, das haben wir nicht? Ach, das ist Sand Ja, gut, egal Brauche ich noch mal meine Schuffel Nein, das ist ja alles Sand und sieht das gleich Was ist das? Nein, doch nicht sein, das ist nur ein Sandteil Okay Aber eben Das machen wir doch anders Sieht ja abschließend so besser aus hier I'm waiting for you Genau, das ist doch schon ein bisschen Das sieht doch schon mal nice aus Wenn wir da hier gebaut haben So, äh Und hier oben kommt Uh, jetzt muss ich viel Geländer bauen Ich brauche auch ganz, ganz viel Geländer Alte Teune Down, down Scheiße, ich müsste mal wieder ein bisschen Holz besorgen Ich glaube, das wäre auch mal ein bisschen vom Vorteil Juri Hier knurrt sie die ganze Zeit, ich habe Angst Es ist bestimmt dein Laden Du hast bestimmt Hunger BRO Obwohl, das können wir da hin machen Das da hin Das da hin Und das da hin okay damals das das was will der zombie jetzt von mir Er verfolgt mich. Anni, tu was. Tu was. Warte, ich guck zu. Warte, ich guck zu. Jetzt kommt er hoch, ey. Du wolltest wohl ne Macke. Du wirst doch schon, das kostet hier. Eintritt, mein Freund. Boah. Stinkende Hexe. Oder? Haha. Komm nicht rein. Hau ich mir erstmal ein ganzes Mischbrot rein. Hau, 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 hau. Hau, hau, hau. Hau, hau, hau. Hau, 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 hau. Hau, 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 hau. ich habe ja selber nichts ich habe nur noch im brot müssen wir warten dass die weizenfarm draußen ein bisschen fertig ist dann hast du noch ein bisschen holz gefahren ja ich hätte ein holz aber schwarz eichenholz oder das ist ein sehr das ist ja dann eigentlich schon noch egal oder ich hätte eichenholz auch noch ein wenig was ja ne es geht nur darum eben halt wegen bau und birkenholzbretter habe ich das kommt da noch hin dass dann da ich habe ein brot im namen 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 am licht aber siehst du hab ich vergessen gehabt wieder hin zu machen doch gleich besser aus streiche jetzt wieder hingehen und und behörd das hat sie nicht gut angehört warum kann man eigentlich so ein zombiefleisch essen? was ist denn das jetzt von ach so das sind ja wieder die teile da muss ich was nicht gesehen ja wegen den halben brettern deswegen schweben die dann in der luft wir haben ja diesen gut das ist ja nicht so schlimm als problem aus ob das so funktioniert wie ich das gedacht habe das geht auch nicht da wenn das hier verbreitern noch mal um na ja die tür das verbreitere ich hier noch mal was ist denn besser vier stück habe ich noch ein bisschen ein paar bauern schnell okay weißt du ich jammer holbe erfüttere und dann gehe ich so mit essen um als wirklich diese tür ich reiße bald aus da neben gehofft der gute alte habe ich aber wieder war was ich brauche kein essen ich sterbe einfach ja siehst du soll ich laboriert hier vorher alles weg packen und einfach sterben wir müssen das hier frei machen ich habe nicht sovölkerweise karotten oder kartoffeln ne ne leider nicht gar nicht wir haben noch gar nicht viel erkundet das wären aber sage ich mal demnächst wird das mal wieder passieren dass wir wieder auf erkundungstag geben ich brauche jetzt gerade noch hier ein bisschen das zeug blödes wir haben die einzigen tiere die ich hier finde sind schwein und die kann es halt nur anlocken mit karotten ja mit der karotten angel boah kül und schafe und schafe ja schafe haben wir vielleicht mhm vertötet den wolf alles ja doch so lassen wir das ich hab euch gerettet huldigt mir unser retter vor was wir brauchen die wolf ist friedlich der macht doch gar nichts was ich wollte gerade sagen aber der hat gerade hier die ganzen rinde gekillt und schafe einbildung ist auch eine bildung okay der war schlecht äh 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 okay überleg ich das ob ich baue ich das mit stein komplett aus oder obwohl die brücke halt mal eigentlich war anders bauen könnte die hätten wir schon ruhig gerade rüber ziehen können wenn das sieht sogar fast so aus als wäre es in der Hühne sind auch im stein wie geil ist das denn hast du noch paar Samen gefunden? ne geil aber hier drüben kann man erstmal dann abholzen sehe ich gerade warte was für Samen honey ähm weizen hm ich hab ja einige äh so ist fast voll jetzt das Feld hast du ne hoi also hg dabei mhm weil das sind braucht es ein wenig Reparatur ja ja kein Wunder dass du nie Körner findest wenn es da alles daneben schmeißt nee so gar nicht wenn ein dann das ist für ein Geräusch ich war es nicht ich war es nicht ok ich hab mir da noch ne ob ich laufe überhaupt richtig das weiß ich nicht ne 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 da lecker blog vor hm ne j